Tammy Hembro und Ex-Matt sich trotz Trennung gut Zwischen Tammy Hembro, 28, und Matt Poole herrscht offenbar kein böses Blut. Im Herbst 2020 hatten die Influencerin und der Sportler ihre Beziehung offiziell gemacht. Anschließend erlebten sie die Liebe im Schnelldurchlauf inklusive Verlobung und Baby. Doch noch vor der Geburt ihres Kindes machten Gerüchte über eine Trennung der beiden die Runde, die Blondine bestätigte das später. Doch auch nach ihrem Liebesaus verstehen sich Tammy und Matt offenbar noch gut. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Triathlet zuletzt mehrere Aufnahmen, die ihn mit seinem Töchterchen zeigen. Gemeinsam genossen die beiden offenbar einen Tag am Meer. Beachbebe. Po süß erstes Weihnachten, schrieb Matt Happy dazu. Und auch Po süß Mutter ließ es sich nicht nehmen, die Schnappschüsse zu kommentieren. Sie liebt den Strand genauso sehr wie ihre Mama und ihr Papa, schrieb Tammy unter die Bilderreihe. Die Fans des Ex-Paars waren von dieser kurzen Konversation begeistert, einige vermuteten jedoch auch direkt ein Liebes-Comeback bei den beiden Australiern. Seid ihr wieder zusammen? fragte ein User. Andere Follower waren aber sicher, Tammy und Matt verstehen sich einfach nur als Eltern gut.